Mit ungeschriebenen Gedichten verwenden Sie die Zeile und formen Sie daraus eine Tragödie. Das ist jetzt die Aufgabe. Aber man darf nur was dazu schreiben. Was? Mit ungeschriebenen Gedichten muss ich mich schlagen hier mit Wichten. Geh mir ständig auf den Sack. Geh mir ständig auf den Sack. Bis es stinkt, der ganze Kack. Jetzt schnell nach Haus, sonst raste ich richtig aus. Raus, Maus, Raus, Klaus, Reibe hier. Ja, mein Gott, wir sind am Anfang. Das ist ja ein Zweckreim-Massaker hier. Ja, ich habe es zumindest gereimt. Mit ungeschriebenen Gedichten in mitten grüner Fichten nahm ich mir einen Strick und brach mir das Genick. Reicht als Vermächtnis den Wein. Übersetzen Sie die Zeile in Jugendsprache bzw. Straßensjargon. Also, reicht als Vermächtnis den Wein. Ist in Jugendsprache. Er droppte das Gesöff zu ihm, Digga. Hashtag YOLO. Finden Sie einen zur Zeile passenden Film- oder Buchtitel? Ist ja fast schon ein Film- oder Buchtitel, kann man sagen. Brüder, lass uns lustig sein. James Bond 007. Der Mann mit den lustigen Brüdern. Oh. Ja, was denn? Alter, das ist ja schon... Also, meins ist ja schon scheiße. Alter, was denn? Was hast du noch mal? Was hast du noch mal? Die Inzest-Bande 2. Wilde Kerle, wuschig. Nee, tut mir leid, Holger. Ja, tut mir leid, die Inzest. Ja, so ist das nun mal. So ist das, okay. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen. Dann, oder? Wir machen das dann. Also library Untertitelung des ZDF, 2020